Wir fangen auch direkt mit dem ernsten Thema an und zwar fangen wir direkt mit dem Video von KuchenTV an. KuchenTV hat nämlich in seinem Titel steht, das fand ich sehr spannend, weil ich habe nur mitbekommen, dass die Hyped-App losgegangen ist. So eine Art Social Media App von Sascha, Trimax und Revi zusammen. Ich hatte bis jetzt nur Positives davon mitbekommen. Also ich habe mir gerade mal den App-Store besucht und ich habe ein Foto gemacht. Also hier ist die App auf Platz 1 in den Charts. Kann man es sehen? Also diese App läuft scheinbar, also ich weiß nicht, wie er darauf kommt zu schreiben, Hyped-App floppt? Vielleicht meint er so, wie hieß diese App, wo man so miteinander gesprochen hat, was da auch dann mit der Zeit gefloppt ist. Ich habe schon vergessen, wie das heißt, Clubhouse. Das war ja am Anfang auch mega Hype und dann ist er auch gefloppt. Vielleicht meint er das. Ich bin gespannt auf sein Video, weil ich habe von der App noch nicht viel mitbekommen. Also außer halt, dass es hier halt auf Platz 1 in den Trends ist und das ist für mich halt kein Flop. Aber wir schauen mal rein. Jo Freunde der News, der neue Teil unseres Podcasts, rothaarig und langheisig, ist jetzt auf Spotify und Co. verfügbar. Übrigens haben wir einfach bei Apple Podcast eine Bewertung von 4,7 Sternen bei fast 200 Bewertungen. Also danke dafür. Wer auch immer da Bewertungen schreibt, aber macht weiter so. Ich habe ja letzte Woche über die ganze Sache mit Excel berichtet. Und zwar hat eine Person aus seinem näheren Umfeld einfach seinen Hund zum Gassigehen abgeholt. Das war so eine kranke Story mit Excel. Alter, ich bin einfach nur froh, dass es gut ausgegangen ist. Und ihn dann quasi entführt und nicht wieder zurückgebracht. Excel hat dazu dann... Was für ein Mensch muss es sein, um einen Hund von jemandem zu entführen? ...damals dann super viele Stories gemacht. Er ist dann auch dahin gefahren, weil er halt wusste, wo der Hund ist. Und die Polizei hat dann ihm einen Platzverweis erteilt, obwohl da halt der geklaute Hund ist. Aber gut, vergessen wir das. Er ist dann da auf jeden Fall anwaltlich gegen vorgegangen. Und letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass es diese Woche eine Entscheidung geben soll. Und Excel hat tatsächlich gewonnen. Seit Anfang der Woche hat er seinen Hund wieder bei sich. Er postet auch wieder Aktiv-Stories, wo man den Hund sehen kann. Vorher gab es auf jeden Fall noch die Befürchtung, dass sie versuchen, diesen Hund noch zu verstecken. Also woanders hinzubringen, damit Excel den Hund nicht wiederbekommt. Das alles ist zum Glück nicht passiert. Also Glückwunsch auf jeden Fall, dass ihr beiden wieder verbunden seid. Digga, ihr seid einfach so. Ja, und viel Spaß mit dem Hund. Und ja, alles Gute. Simon Desue, der ja in letzter Zeit sowieso nur noch dafür bekannt ist, irgendwelche Fake-Produkte... Oh mein Gott, Alter. Das hat der TJ auch schon angesprochen in diesem... Simon Desue hatte so ein... Simon Desue hatte ja irgendwie so ein... wieder so ein Programm, wo du 5000 Euro in der Woche verdienst oder so. Also angeblich. Also ich muss auch sagen, das finde ich so traurig, in was für eine Richtung der sich entwickelt hat. Und was... Also ich verstehe es auch gar nicht, weil Simon Desue ist ja echt auf Social Media nicht klein. Der könnte ja einfach durchhasseln und wird doch genug Geld verdienen. So, warum muss der irgendwie Leute abs... Ich finde, ah, egal. Ihr guckt mal rein, was für Updates das so gibt. Aber das ist auch eine Sache, die werde ich niemals verstehen. ...Druckte zu bewerben oder Leute abzuzocken, zockt weiterhin Leute ab. Und zwar hat er ein neues Businesses gestartet und zwar mit Amazon FBA. Sollen Leute ohne Vorkenntnisse, ohne dass sie jemals etwas online verkauft haben, in sieben Tagen ungefähr 5000 Dollar verdienen. Darüber hat... Ich wiederhole es nicht nochmal. Das ist ein Livestream. Ich wiederhole es nicht. Kennt ihr das? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Hat auch schon TJ und Simplicissimus auf ihrem Zweitkanal berichtet. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Wenn man auf die Seite kommt, dann muss man sagen, ist das wirklich zu 100% seriös. Ja, es sieht, äh, sieht mega seriös aus. Genauso sehen seriöse Seiten aus, die dich reich machen. Hä, bei Loriana ist eingebrochen worden, hab ich gar nichts mitbekommen. Gucken wir auch gleich mal. Das Geile ist, wenn du dich da angemeldet hast, dann kommst du erstmal in ein Live-Webinar. Also, was live ist, mit Simon Desue. Und TJ hat das Ganze mal getestet. Und er hatte wirklich Glück. Denn wenige Minuten nach seiner Anmeldung gab es gerade dieses Live-Webinar. Zufällig um 13.46 Uhr. Zufällig gab es das gleiche nochmal. Genau gleich. Er hat sich das halt angeguckt. Er sagt dann auch so, Leute, Leute, das hier ist live. Ich wiederhole das nicht nochmal. Das ist live. Und dann gehst du nochmal da drauf und zack. Dann sind wir nochmal angucken. Ist, ja, leider die Seite down gegangen. Er ist dann neu reingegangen. Und wieder, wenige Minuten später, gab es ein Live-Webinar. Und das ist wirklich krass, denn Simon Desue hat einfach 1 zu 1 das gleiche gesagt, mit den gleichen Bewegungen. Das muss... Lorian, habe ich gesagt. Ich meine Loredana, sorry. ...zuerst mal hinkriegen, zweimal hintereinander live zu sein und alles 1 zu 1 genauso zu machen. Als wenn das eine Aufzeichnung wäre, die da abgespielt wird. Auf Instagram hat Simon Desue dann ein Video mit einem angeblichen Kunden veröffentlicht, der mit ihm so ein kleines Interview gemacht hat. Der soll angeblich innerhalb von 7 Tagen 4.856 Dollar damit verdient haben. Sie zeigen sogar das Dashboard in die Kamera und da kann man noch sehen, Umsatz 4.856 Dollar. Ja, Umsatz. Also, wenn das der Umsatz ist, hat er aber keine 5.000 Dollar verdient, sondern nur umgesetzt. Allerdings ist das halt, wie gesagt, der Umsatz und nicht der Gewinn. Aber no cap, no front. Also, wie viel er davon wirklich bekommt, das weiß man gar nicht. Aber auf jeden Fall ja weniger, weil Amazon nimmt sich davon natürlich auch noch einen großen Teil ab. Das Lustige ist, dass schon 2018 die Federal Trade Commission in den USA genau vor dieser Masche gewarnt hat. Denn da gab es halt auch etliche Leute... Get Rich Scheme sold to wannabe Amazon Sellers. Oh Gott. Er hat einfach... Es gibt einfach schon so Warnungen genau vor solchen Dingern. ...Leute, die super viel Geld verloren haben. Teilweise über 35.000 Dollar. Und wenn man sich so anschaut, wovor die da waren, dann ist das halt wirklich 1 zu 1 genau das, was Simon Desue einfach sagt. Denn die warnen auch davor, dass damit geworben wird, dass man ja innerhalb von 30 Tagen 5.000 bis 10.000 Dollar ohne Vorkenntnisse bekommt. Das hört sich seriös an. Lass das alle machen. Ich finde das Ganze persönlich einfach mega dreist. Denn Simon Desue versucht hier ganz klar Leute abzuziehen, die entweder gerade noch in der Ausbildung sind, generell wenig Geld haben oder halt mit ihrem Job einfach unzufrieden sind. Die ganze Zeit fallen da so Sätze wie... Entkomme jetzt aus dem Hamsterrad. Warum arbeitest du noch 8 Stunden am Tag? Tu nicht alles für deinen Chef. Sei dein eigener. Das Lecken von Türknäufen ist auf anderen Planeten illegal. Nein, warte, das war was anderes. Bestimmt gibt es auch unter meinen Zuschauern viele Leute, die... Wo war das nochmal her? Das Lecken von Türknäufen ist auf anderen Planeten illegal. Ist das aus Spongebob? Oder woher war das nochmal? Die halt mit ihrem wirtschaftlichen Standing nicht so ganz zufrieden sind. Und ja, es ist kacke, wenn man kein Geld hat. Ich hatte früher auch nur Hartz IV oder so kleine Nebenjobs. Aber es gibt nun mal... Ja, Spongebob. ...keinen Zaubertrick, womit ihr ohne Vorkenntnisse einfach so innerhalb von wenigen Tagen oder Monaten einfach so 5.000 bis 10.000 Dollar verdient. Außer ihr werdet erfolgreich auf YouTube. Lasst euch von sowas nicht um den Finger wickeln. Ja, es wäre schön, wenn das funktionieren würde. Aber denk mal drüber nach, dann würde es wahrscheinlich auch einfach jeder tun, wenn es so einfach ist. Wie gesagt, versucht Simon hier genau diese Leute zu erreichen, die halt kein Geld haben oder mit ihrem Leben unzufrieden sind. Und das ist halt wirklich dreist, weil er halt wirklich bei den Leuten, die sowieso schon nichts haben, versucht das Geld aus denen rauszupressen. Und das ist wirklich einfach nur noch mega traurig. Hoffen wir mal, dass Simon Desue, wie auch immer, dafür irgendwann vor Gericht landet. Trimax, Sascha und Rewi haben jetzt ihre App veröffentlicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, warum die App floppt. Die Hype-App, meine Freunde, die kann man sich kostenlos in allen App-Stores runterladen. Die App wurde natürlich im Vorfeld super krass hochgehypt und ich muss sagen, ja, naja, finde ich jetzt nicht so krass, um ehrlich zu sein. Im Endeffekt ist das Ganze halt einfach nur eine Beichten-App. Also du kannst anonym deine Beichte posten und dann können Leute das machen. Ich beichte, dass ich den Nachbar Nutella unter die Autogriffe gespielt habe. Okay, ach so eine Beicht-App, okay. Mit Wahr- oder Falsch bewerten oder auch Hype draufdrücken, also dass das voll krass ist. Dazu gibt es auch noch ein Level-System, also man kann XP sammeln mit jeder Aktion, die man da macht. Allerdings hat das, soweit ich weiß, gerade noch überhaupt keine Vorteile. Also ich weiß nicht, was man damit machen soll. Dazu hat die App halt auch wirklich noch einige Probleme. Ich habe mich jetzt für das Video hier heute um 11.30 Uhr registriert und jetzt ist es 13 Uhr und ich habe halt immer noch keine Aktivierungs-E-Mail bekommen. Ich habe dann auch auf Passwort vergessen gedrückt und habe mir auch noch mal eine E-Mail zukommen lassen. Auch die ist immer noch nicht da. Und wenn ich mich anmelden möchte, dann steht da, dass meine E-Mail falsch ist, was ja auch nicht richtig ist, denn entweder das Konto existiert nicht oder es wurde noch nicht freigeschaltet. Ja, so ein bisschen Telonym oder Jodel oder so, ne. Was ich nicht verstehe ist, also ist ja eine lustige Idee so, aber was ich nicht verstehe ist, warum macht man ein Level-System in eine Beichten-App, als ob Leute so jeden Tag was krasses zu beichten hätten. Dann motiviert das doch die Leute total dazu, irgendeinen ausgedachten Scheiß da rein zu schreiben, weil du willst ja leveln dann irgendwie oder du willst ja die besten, meist gehyptesten Beichten oder so haben. Das heißt, die Leute schreiben irgendwelche ausgedachten Scheiß da rein und das wird dann hochgehypt oder so. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Oder ist das, wie ist das gedacht? Dass man jeden Tag da beichtet? Ich habe heute in der Schule gefurzt. Was soll denn hier passieren? Es passiert doch nicht jeden Tag was krasses oder jeden Monat nicht mal, dass man beichten muss. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Also schreibt doch den richtigen Fehler dahin, anstatt einfach nur, nee, nee, die E-Mail ist falsch. Irgendwelche Leute checken das nicht und probieren da zehn verschiedene E-Mails aus oder so. Einige Leute haben sich darüber hinaus noch beschwert, dass man keine Beichten posten kann. Ist ja egal, ist ja überall erfunden. Ist ja auch bei Jodel die meisten Scheiß erfunden. Kann, bei einigen geht irgendwie die Bewertung nicht richtig. Ja, und es gibt auf jeden Fall noch einige Fehler. Finde ich persönlich halt sehr, sehr schade, denn Trimax zum Beispiel hat auch so einen Release-Stream gemacht. Die drei haben generell eine riesige Reichweite und es war klar, dass die App direkt von zehntausenden Leuten runtergeladen wird. Aber ich finde es cool, dass sie was ausprobieren. Muss ja nicht alles immer sofort klappen, wenn das jetzt, keine Ahnung, also ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen, dass es gut läuft und dass es klappt und so. Und wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwann nicht mehr so interessant ist für Leute, dann probieren wir halt was Neues aus. Und dass man dann da solche Fehler hat, dass die Server da nicht mitkommen oder die App noch so verbuggt ist, das ist halt wirklich sehr, sehr schwach, um ehrlich zu sein, denn man wusste, dass das so kommt. Ich finde die App persönlich auch ein wenig unnötig, um ehrlich zu sein, denn man kann da halt, wie gesagt, nur bei... Das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ich glaube, für die meisten Leute wird die App eher unnötig sein. Die wird halt dann praktisch sein, wenn du halt YouTube-Videos dazu machst. Das ist ja wahrscheinlich auch der Plan dann von Revi und Sascha und Trimax, dass die dann halt sich Beichten da raussuchen und dann darüber Videos machen. Haha, da hat was Lustiges gebeichtet, hahaha. Das Problem ist dabei dann schon wieder, dass das auch Leute motiviert, um Fake-Beichten zu schreiben, um halt in solche Videos zu kommen irgendwie. Also einmal, dieses Level-System motiviert Leuten dazu, komplett Bullshit zu schreiben, einfach weil man so viel gar nicht erlebt. Und auch, dass man dann in so Videos kommt, das ermutigt Leute. Also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, kann ich verstehen, also ich weiß auch nicht, wofür ich die App jetzt brauchen würde, weil ich werde ja nicht irgendwelche Beichten reinschreiben. Also für mich ist das jetzt keine, für mich ist das jetzt nichts, was mich persönlich interessiert, aber vielleicht für ein paar jüngere Leute, die sich da aufgehoben fühlen, keine Ahnung. Ich hate es auf jeden Fall nicht und ich hoffe, dass es auf jeden Fall lustig wird, keine Ahnung, ich bin auf die Videos gespannt. ...eichten posten, das gleiche kannst du aber zum Beispiel auch bei Jodel machen. Und Jodel hat außerdem noch die Funktion, dass du dir da helfen kannst, du kannst da so einfach irgendwelche Dinge schreiben, wie bei Twitter zum Beispiel und Fotos posten. Im Endeffekt ist die Hyped-App also eine abgespackte Version von Jodel. Dazu schätze ich... Es wird einen Streamer-Modus geben, nur mit geprüften Beichten. Was heißt geprüfte Beichten? Fahren die dann zu den einzelnen Leuten nach Hause und überprüfen ihren Lebenslauf, dass es wirklich stimmt, was die da erzählen? Das ist eine sehr gute Idee. ...einfach mal, dass viele Beichten auch einfach Fake sein werden, beziehungsweise sowieso alles, was da gepostet wird, als Fake tituliert wird. Guckt einfach mal bei der Jodel-Facebook-Seite vorbei, egal was die posten. Selbst wenn da einer geschrieben hat, dass er atmet, postet die komplette Kommentarsektion, dass das Fake ist. Fake, Fake, Fake. Natürlich möchte jeder die krasseste Beichte haben, denn die Jungs haben auch schon gesagt, dass sie diese Beichten zukünftig in ihren... Ja, okay, genau das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. ...Videos einbauen wollen. Und wie kommt man am leichtesten in dieses Video? Naja, wenn man natürlich eine richtig krasse Beichte geschrieben hat. Damit ermutigt man die Leute halt natürlich noch, zusätzlich Fake-Beichten zu schreiben, denn so kommt man einfach leichter in solche Videos rein. Ich finde die App persönlich halt absolut belanglos und ich wüsste auch nicht, warum man jetzt sowas braucht. Ist natürlich gut für sie, denn sie können da halt ihre Community vereinen, sie können da Content sammeln und durch das Level-System denken die Leute auch, dass sie... Ja, schlimm finde ich das jetzt nicht. Ich finde es neutral. Für mich ist es nichts, aber wenn da jemand mit Spaß hat, da Beichen reinzuschreiben den ganzen Tag, ausgedachte, ist das doch lustig. Ja, keine Ahnung. Dafür benutze ich Twitter, um Sachen zu beichen. Folgt mir auf Twitter und Instagram. ...atunge überall. Wenn sie da jetzt stundenlang verbringen. Ich meine, die App tut niemandem weh, sie ist kostenlos, sie hat keine Ingame-Käufe. Von daher überhaupt kein Problem, wenn ihr die nutzen wollt, dann macht das. Mir persönlich erschließt sich der Nutzen jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber ich konnte sie auch nicht... Ja, da kann ich Kuchen auch verstehen, muss ich sagen, kann ich verstehen. ...testen, weil ich komme nicht rein. Reef TV macht momentan einen 7-Tages-Livestream, meine Freunde. Also sie ist 7 Tage am Stück online, sie schläft auch im Stream, ist da und so weiter. Es gibt einige geile Sachen, die da auf jeden Fall geplant sind oder die sie schon gemacht hat. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Das Ganze geht noch 2 Tage. Sie hat auch im Vorfeld schon auf Instagram gepostet, dass eine Person aus... Der Adler ist gelandet. ...de Deutschland halt mit Technik nach Madeira geflogen ist. Und die Technik wiegt einfach 113 Kilogramm. Krass, Alter. Also die Hälfte von Tanzverbot. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut da gerne rein. Bei Loredana wurde diese Woche eingebrochen... Oha, ich bin mal gespannt. ...meine Freunde. Sie hat auf Instagram gepostet... 10 Männer sind bewaffnet in unser Hausei gebrochen. Konnte selber nicht glauben. Ich war am Schlafen. What? Also ich dachte, es wäre irgend so ein Typ jetzt oder irgendjemand bei ihr eingebrochen... ...und hat was geklaut, was ja auch trotzdem scheiße gewesen wäre. Aber ich hätte mir halt gedacht... Okay, keine Ahnung. Sie hat halt früher auch irgendwie Leute beklaut. Irgendwelche Rentner abgezockt und so. Irgendwie ist das halt so... Keine Ahnung. Es war jetzt nichts... Als ich jetzt gerade den Titel gelesen habe, dachte ich jetzt... Nichts, was mir jetzt ultra... Nichts, was mir jetzt ultra leid tut. Aber so mit 10 bewaffneten Männern... Okay, das tut mir schon leid, Alter. Keine Ahnung, es tut mir schon leid. Irgendwie. Eieiei. Das 10 bewaffnete... What the fuck? Wo wohnt sie denn? Wo wohnt denn Loredana? Dass da 10 bewaffnete Männer ins Haus kommen? Hä? Wo wohnt sie denn? In Bogota oder was? Wohnt sie irgendwie in Südamerika oder was? Maskierte Leute in ihr Haus eingedrungen sind und einige Gegenstände sowie Geld weggenommen haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Gewalt geht natürlich nie fit. Ich finde aber trotzdem, dass das halt irgendwie fast schon Karma ist. Denn Loredana war ja lange Zeit dafür in den Schlagzeilen, dass... Die Wunde in der Schweiz. In der Schweiz kommt 10 bewaffnet Männer rein. Alter. Dass sie von einer Petra F. irgendwie mehrere hunderttausend Euro geklaut hat. Und sie Petra an den... Digger, wo sind wir? In was für einer Welt leben wir eigentlich? ...Rande des Selbstmordes gedrängt hat. Und ich finde das natürlich nicht gut, was passiert ist. Aber man muss schon irgendwo sagen, ja, es ist halt irgendwo Karma. Jetzt weißt du mal, wie es sich anfühlt. Vielleicht war es auch die Polizei und hat Hausdurchsuchung gemacht. Zum Fall Petra F. Möglicherweise ist weder ihr noch ihrer Familie irgendwas passiert. Da bin ich ja schon mal froh, dass niemand was passiert ist. Mashallah. Also es ging den Leuten da wirklich nur um die Gegenstände, die im Haus sind. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Gewalt und sowas geht, wie gesagt, halt überhaupt nicht fit. Und sie hat auch Bilder von der Überwachungskamera veröffentlicht. Puerta Superior. Also das Haupteingangstor. Das klingt so, als würde die in irgendeinem spanischen Ort leben. Oder nicht? Das klingt so, als würde die in irgendeinem spanischen Ort leben. Kann das sein, dass die irgendwo in Spanien ist oder so? Warum sollte die denn eine spanische Überwachungskamera... Warum sollte die denn eine spanische Überwachungskamera haben? Hä? Sieht das deutsch oder schweizerdeutsch aus? Das ist schon krass gruselig auf jeden Fall, muss man halt sagen. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, sobald... Spanische Kamera ist billiger. Ich weiß, Loredana ist genau in solchen Kreisen unterwegs, wo halt so Gewalt und Kriminalität an der Tagesordnung ist. Da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man dann selber irgendwann Opfer davon wird. Ja, die Geister, die man rief. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Ich hoffe, dass die Täter erwischt und vor Gericht gezehrt werden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Krass auf jeden Fall. Das wünsche ich natürlich niemandem. Tut mir auch auf jeden Fall leid für die. Aber ich hoffe, dass sie das Geld auch zurückzahlt, was die Petra geklaut hat. Und noch Geld obendrauf, Schadens, Schadens, Schmerzensgeld.